hey operator exclusive diese woche mit folgenden themen designer notes cloud gaming six invitational vod transfers gsa league challenger league qualis und wie immer gilt gefällt euch das format dann lasst ein abo da aktiviert die glocke und fleißig liken und kommentieren und damit herzlich willkommen zum aktuellen six exclusive news format im heutigen meinungssegment werden wir uns über die designer und tier 6 season 2 unterhalten und euch ein wenig näher bringen was es damit auf sich hat unsere erste news ist heute die möglichkeit crossplattform zwischen pc cloud gaming wie plattform google stadia oder in video now zu nutzen die testphase findet ihr aktuell auf den testservern und sie werden am 12 juni noch etwas näher bei der nächsten ubisoft forward erläutert diese könnt ihr voraussichtlich bei agni auf twitch mitverfolgen ansonsten haben wir noch die möglichkeit die six invitational matches als match replay feature zu nutzen das heißt ihr könnt diese euch gerne noch mal anschauen näher analysieren und das ganze aus anderen blickwinkeln ein wenig näher beleuchten kommen wir noch mal zu den transfers dort hat sich an der dresi der analyst von virtus pro umorientiert wird jetzt als player sozusagen als spieler weiterhin im team mitmachen wtg wird dafür vom spieler zum coach wechseln und somit kommenten zur gsa league da ist jetzt der nächste spieltag bekannt gegeben und zwar am dritten sechsten startet spieltag fünf die gsa league wird mit spieltag 14 denn enden am fünften achten und das finale beginnt dann am dritten bis fünften neunten 2021 es wird ein online event sein wir haben insgesamt zur zeit dafür zwei transfer windows einmal vom 24 mai bis zum sechsten juni und von 23 august bis zum fünften september können die teams noch ihre spieler anpassen aktuelle standing der gsa league ist wie folgt g2 auf dem ersten platz cc state punk auf dem zweiten platz go skiller auf dem dritten platz pente auf dem vierten platz team secret auf dem fünften platz dicht gefolgt von rogue hier nochmals erläuterung rogue ist nicht fünfter platz weil sie haben verloren gegen secret obwohl sie natürlich mehr round difference score haben nämlich plus fünf sind sie schlechter gewertet besser gesagt gerankt und somit auf platz sechs ovation ist platz sieben und gc e sport ist zurzeit das schlusslicht auf platz acht mit einem punkt somit kommen wir zum thema der challenger league und zwar gibt es da jetzt die bekanntgabe von uns für euch die zweiten qualifier werden stattfinden vom 18.06 bis zum 20.06 es gibt auch wieder einen preispool von 5000 euro für die jeweiligen teams der erste platz kriegt 2000 euro der zweite platz kriegt 1500 euro der dritte platz 500 euro alle da drunter gehen leer aus zurzeit sieht das denn wie folgt aus makers zurzeit auf den ersten platz dicht gefolgt von helios denn haben wir gc e sports die zurzeit das schlusslicht in der gsa league bilden wir gerade gesehen haben cc state punk die ja zweiter platz in der gsa league sind sind zurzeit dritter platz in den ersten qualifier gewesen dann haben wir ein russisches team die jetzt aber schon qualifiziert sind für die changer league nämlich über die russian major league und zwar 43 rti die haben sich schon da qualifizieren können denkt man sich dann wohl im nachhinein die werden am zweiten qualifier cup nicht mehr mitspielen und somit kommen wir jetzt zum meinungssegment wo wir uns die designer notes anschauen werden von hier sechs season zwei erwerte marcus und meine wenigkeit werden dazu ein bisschen input geben was wir davon halten wie eventuell die auswirkung der änderungen sein können und da schauen wir jetzt einfach mal rein marcus hast du bock aber unbedingt mein lieber denn da kommt ja doch ein bisschen was auf uns zu wir beginnen das ganze einfach mal so ein bisschen mit dieser win delta versus presence tabelle so nennt man das ganze das bedeutet einfach da seht ihr noch mal mit welchen picks welche win chance sozusagen zu errechnen ist und das seht ihr jetzt hier zum beispiel das würde ich dir fast mal überlassen weil du bist bei solchen geschichten ja super in der materie drin ja wir können hier schon mal erwähnen dass es sich auf alle fälle auf die platinido bezieht im ranket oder höher wir sehen auch hier es immerhin noch außerhalb der skala mal gucken ob sich das denn nichts ändern wird weil in designer notes wird nämlich es schon ein bisschen noch mal angepasst da kann es dann sein dass ich da eventuell bei der operator häufigkeit was tun könnte sophia auch immer noch sehr viel gespielt ist halt der beste harpreacher im spiel das hat sich zu der letzten win data statistik nicht geändert sledge einer der solidesten operator immer noch am start jana noch sehr viel gespielt und auch ein sehr hohes win data muss man dazu sagen und wenn man sich das anguckt dann kann man schon sagen es ändert sich eigentlich nicht so viel wir haben zwar immer mal wieder ein bisschen paar änderungen ein paar operator aber ich glaube der impact lässt doch immer sehr zu wünschen übrig ich denke schon dass es vielleicht bei es sich noch mal ein bisschen ändern könnte warum darauf gehen wir dann später noch mal ein bei ace bin ich noch gespannt ob sich noch mal nach wehen zeigen lassen weil die smoke sind ja weg und er hat erklärmung gekriegt da könnte man vielleicht noch darauf eingehen später mal wenn man da ein anderes win data sieht ob denn ace weniger gespielt wird und dadurch auch vielleicht in der gewinnchrank sinkt ja das wird sie natürlich zeigen auch bei den defendern haben wir ja ein ähnliches bild da hatten wir ja zum beispiel bereits schon die änderungen am jäger die linie jetzt auch ein bisschen zurück auch den ihr seht ihr jetzt hier gerade sehen wir noch sehr weit vorne zusammen mit melusi also beide sehr sehr starken impact auch ein sehr sehr hohes wind delta da muss man sagen auch bei melusi wird sich ja noch ein bisschen was tun da bin ich mal gespannt welchen impact das auf sie haben wird ich kann mir schon vorstellen dass die pickrate doch ein bisschen zurückgehen wird beide lieben wäckery das finde ich sehr interessant die haben wir zum beispiel haben 6 in wie als auch bei der eu league und co sehr häufig gebannt gesehen wenn sie aber dann mal pickable ist dann hat sie auch einen sehr großen impact also eine 50 prozentige chance ist da sage ich meine wind da gar nicht mal verkehrt und da müssen wir auch mal abwarten man eventuell da nicht mit dem mit der melusi die plätze tauscht das wie gesagt bleibt aber noch so ein bisschen abzuwarten und was hier auch noch ganz interessant wird ist die mirer die wir hier sehen die befindet sich gerade so ein bisschen ja auf auf messers schneide also so zwischen wichtig und unwichtig also to strong oder tweak die ist genau richtig könnte man fast sagen aber auch da wird sich jetzt dann demnächst ein bisschen was tun korrekt das werden wir auch gleich unten weiter in diesen artikel erfahren bei jäger kann man aber anmerken jäger ist jetzt auf einmal in der tabelle drin bei jäger war vorher wie es wenn ich mich recht entsinne immer außerhalb der so über 80 prozent das hat sich jetzt ein bisschen geändert aber vielleicht doch schon der schuld dazu schieben dass man halt das gadget ein bisschen angepasst hat plus jetzt auch die waffe natürlich angepasst hat finde ich an sich okay da frage ich mich nur ob diese änderung der waffe eine notwendigkeit wirklich hatte weil es geht um das gadget diesen operator das sagt auch herr ist wieder und da kann man ihm auch nur zustimmen weil da sind wir einfach einer meinung und auch viele weitere der operator wird deswegen viel gespielt weil das gadget eine notwendigkeit hat absolut raus das und da hat das wenig mit der waffe zu tun warum er viel gespielt wird natürlich ist die waffe strong jetzt hat man sie noch ein bisschen schwächer gemacht auf alle fälle ist vielleicht auch nicht so schlecht aber ich glaube nicht dass es unbedingt notwendig war aber gehen wir mal weiter genau da werden wir auch gleich noch mal einen kleinen lustigen aspekt auch sehen da aber später mehr dazu jetzt kommen wir erst mal zur sogenannten bahnrate also die operator die einfach eine sehr sehr hohe bahnrate haben und da gucken wir mal rein da sehen wir zum beispiel den thatcher das ist aktuell so eine geschichte die wird sich vielleicht nicht zwangsläufig so halten denn wir werden ja jetzt auch in der in der pro scene also in den höheren ebenen so ein bisschen veränderung sehen wenn floris tatsächlich einsatzbereit wird und der könnten sehr sehr guter ersatz auch für thatcher werden also da muss man ein bisschen abwägen nimmt man jetzt lieber an floris raus oder lässt man lieber alles old bad gold und nimmt den thatcher nicht weil sie wie siehst du das da also das wird sich halt zeigen ist es ja meistens immer so dass was in der high elo gespielt wird also t1 bereich bei e-sports setzt sich dann immer ein bisschen so durch in ranket weil das sind der ranket statistik muss man dazu sagen und da kann man den schwung vielleicht davon ausgehen dass denn wirklich thatcher vielleicht ein bisschen sinken könnte und wenn die pros halt vier floris spielen das wahrscheinlich dem floris halt öfters gepickt aber dafür auch öfters gebannt wird was ich halt immer noch ganz lustig finde ist halt der montagne bahn mit 19 prozent ich werde das im grunde nicht verstehen die wahrscheinlichkeit dass die montagne spielt ist massiv gering also der wird fast nie gespielt im grunde und ich kann es euch auch noch mal ganz kurz zeigen wir machen da kurz kurz mal ein abstecher nach oben zu den attackern montagne siehst du der ist unter fünf prozent wird der wird der gespielt und der ist sogar bei dem wind data im minus bereich also ergibt es doch im grunde gar keinen sinn diesen operator zu bannen wenn er kaum gepickt wird und die gewinnchance massiv niedrig ist das ist nun komfort bahn aber eigentlich auch nutzloser bahn bei die statistiken zeigen ist er wird kaum gespielt wenn er gespielt wird hast du damit trotzdem keine gehöre gewinnchance da kann man sich den bahn eigentlich für was besseres aufsparen ja da spielt er auch so ein bisschen mit selbst wenn er gespielt wird musst du auch noch glück haben dass da jemand spielt der den auch kann also nur weil man ihn pickt heißt das nicht gleich dass man ihn noch kann und ansonsten ist der sehr einfach auch auszuhebeln gerade weil er in den meisten fällen gar keinen support erfährt sondern der eiert irgendwo rum wir gucken hier noch mal auf die defense operator da sehen wir nämlich warum sich da jetzt einiges tun wird nämlich mira absoluter top bann das wird sich denke ich mal auch noch ein bisschen ändern melusi als zweites mit 36 prozent auch da wird sich einiges tun also hier ich finde diese bahn rate die wird sich glaube ich noch mal um einiges verschieben also ich könnte mir schon vorstellen dass sich bei mir ein bisschen was tut bei melusi auf welkrie könnte wahrscheinlich die zwei dann eventuell ablösen das wird sich noch im nachhinein zeigen vielleicht bemisst man aber auch die änderung an den beiden gadgets zu viel impact bei das wird sich nachher noch rausstellen auch hier wieder muss ich leider auf den schild operator in der defense sprechen kommen clash auch 19 prozent gebannt und da sage ich noch mal das gleiche wie ich gerade bei montagne gesagt habe es ist eine unwahrscheinlichkeit dass dieser operator gespielt wird ich kann es euch sogar noch mal zeigen anhand den stats wir sehen dass clash sogar noch weniger gepickt wird als montagne wahrscheinlich so zwei prozent das wind delta ist ein bisschen besser aber das ist so irrelevant dieser operator im ranket weil selbst wenn er frei ist spielt ihn keine sau dafür musst du schon können haben dafür musst du in agony sein und mit diesem operator was zu können im grunde und deswegen macht es einfach keinen sinn diesen operator zu bannen weil er kaum geschmiert wird und das wind der massiv niedrig ist also lasst das leute punkt die würden mich gerne ab und zu mal clash spielen ja das ist also auch wieder so ein ding da wird sich glaube ich auch noch mal ein bisschen oder hoffentlich ein bisschen was verändern wir kommen mal zu den wesentlichen überarbeitungen da kommen wir auch gleich zum großen großen thema dieser season gameplay nach dem tod mein lieber du hast ja da schon ordentlich auch reinschauen dürfen gib uns doch einfach mal dein feedback ich habe dazu sogar ein twitter post verfasst der unter den hashtag garbage schlief das sollte eigentlich alles erläutern im grunde ich habe mich da auch ganz kurz mit corny unterhalten und wir beide hatten das wunderschöne erlebnis 1 1 situation und die fahren vier drohnen hinterher anpropos hast du richtig bock drauf macht so richtig spaß und das ist ja auch noch sorry wenn du als attacker verstirbst und deine zweite drohne nicht rausgeholt hat sie trotzdem draußen du musst sie nicht mal selber platzieren sie ist einfach auf dem feld das wollte ich nämlich auch gerade sagen dass es nämlich noch so ein zusätzliches kirschlein auf der sahne torte obendrauf das finde ich halt auch sehr sehr fragwürdig auch als das damals announced wurde habe ich gesagt naja also irgendwie den leuten nur was zum spielen zu geben damit den nicht langweilig ist in der todesphase ich sag mal so den leuten darf eigentlich nicht langweilig werden weil sie haben genug zu tun sie können in die drohnen gehen sie können in die camps gehen calls geben es gab eigentlich nie wirklichen grund solche aktionen hier reinzubringen es ist ja mittlerweile auch schon auf den testservern vorbei diese testphase also da man diese ja dieses feature schon raus genommen all in all ihr seht es gibt jede menge geschichten die man hier auspacken könnte wie sie zum beispiel auch kugelsichere kameras lassen sich jetzt drehen also das sind alles so sachen wo ich denke warum dann überhaupt diese diese kugelsichere cam irgendwie ins spiel bringen wenn sie dann sowieso nutzbar ist wie der andere cam auch drehbar und dann irgendwie nach dem tod noch nutzbar also ich glaube da hast du ja unterschlagen dass die jetzt emp salven verschießen kann damit kannst du ja kurzzeitig drohnen deaktivieren also das an sich ist ganz nett aber wenn ich tot bin als operator dann habe ich eigentlich nur die cam und das war's aber mit diesem system konnte ich halt immer noch die ability der kamera nutzen wie gesagt das finde ich alles sehr sehr fragwürdig wenn ich das mit contest drive vergleiche da bist du bist du weg vom fenster und das war's ja da hast du gar nichts zu tun ende korrekt hier in rainbow hast du was zu tun wenn dir das nicht ausreicht dann solltest du vielleicht mal zum therapeuten gehen könnte sein dass du adres hast ja das ist also wirklich das ist mir wirklich auch zu viel too much und bringt vor allem auch diese ganze balance außer außer rand und band wie gesagt hier gibt es noch mal weitere zu berücksichtigende aspekte zum gameplay die brauchen wir auch nicht unbedingt noch mal näher darauf eingehen es gibt die möglichkeit die logic bombs dann eventuell noch zu zünden die yokai drohne lässt sich da noch fahren ihr habt maestros auge dass ihr drehen und nutzen könnt also da sind so viele sachen stellt euch einfach vor ihr seid dieser last man der noch überleben kann wollt irgendwie planten und dann fliegt da eine echo drohne und dann habt ihr da irgendwie noch die möglichkeit mit maestro einzuschießen und es ist zum brechen wirklich sorry aber das ist es einfach jetzt auf alle fälle keine schöne änderung hier wird noch mal kurz erwähnt dass die jetzt das death replay ein bisschen angepasst haben sieht ganz solide aus ist jetzt aber auch nichts groß nennenswert ist wo wir eigentlich darauf weiter eingehen müssen ihr seht es ja gerade ihr könnt euch durchlesen wir verlinken euch sogar unten natürlich wie immer in den kommentaren denn die jeweiligen quellen ihr könnt euch gerne noch mal genauer anschauen es sind viele änderungen auf dem test server das aber wie gesagt mit dem gameplay after the death ist schon wieder weg wird auch nicht bei north star season kommen somit also nicht so schlimm im grunde ich denke mal es wird fast gar nicht gekommen weil der der feedback dahingehend ist wohl sehr sehr negativ was ich bisher mitgekriegt habe und deswegen braucht man sich meines erachtens erst mal für die nächste season keine sorgen machen also da können wir ganz kurz euch die angst nehmen also diese season können wir noch ganz entspannt weitermachen kommen wir aber zu den sachen die tatsächlich ins spiel implementiert werden und die werden ganz interessant ihr seht es hier zum beispiel symbole für eliminierte operator das bedeutet im großen und ganzen die leichen werden nach einer gewissen zeit verschwinden die lösen sich dann quasi auf und werden mit einem icon ersetzt das heißt ihr werdet weiter sehen wo jemand gestorben ist ihr geht also jetzt nicht durchs gebäude und sagt hier liegt ja gar keiner hier ist keiner gestorben ihr seht das schon wenn er drei eigens sein vorsicht da könnte gerade einiges abgehen gibt aber die möglichkeit und das ist der gedanke dahinter dass bei jedem die leiche irgendwo anders liegt das wird damit ausgehebelt das heißt man hat einfach mehr übersicht über das spiel und gibt einen wesentlich besseren spielfluss für die attacker und für die verteidiger korrekt los und man muss dazu noch erwähnen wie steht es ja auch gerade versperrt halt nicht die sicht das hast du auch vielleicht schon mal gehabt leute haben vielleicht in den leichen versteckt dann ist das auch so durch die ganzen skins kannst du manche operator nicht mehr unterscheiden jetzt hast du das operator symbol und weiß halt einfach welcher operator da jetzt liegen geblieben ist auf der strecke das ist auch ganz sinnvoll jetzt kommen wir zu den einschuss löchern das ist was was ich sehr befürworte als ich finde die änderung die diese season norstar beinhalten sehr sehr fabulös muss man dazu sagen und zwar wird es so sein dass ihr jetzt wenn ihr in die wand rein schießt zurzeit bei der aktuellen season könnt ihr durch das bullet hole durchschauen das wird da jetzt unterbunden da hast du dann halt einfach eine grafik davor oder musst du halt mehrmals reinballern bis halt eben so ein großes loch ist als ob die wand reingepuncht hast das auch ein bisschen viel mehr fern ist weil du sitzt da halt hinter deiner wand hast ja ein kleines guckloch für dich ist es aber so als ob du da ein gigantisches loch hast und dadurch gucken kannst und der andere spieler sieht halt eigentlich gar nichts fast und das ist ein massiv unfairer vorteil den man damit jetzt eben die neid hat da braucht man glaube ich nicht viel zu sagen dass es wird einfach noch mal so ein bisschen ruhe reinbringen und vor allem als attacker kann man sich wesentlich besser auch auf diese walls konzentrieren ansonsten sehen wir jetzt hier noch tp und rüstung also die treffer punkte plus rüstung das wird jetzt sozusagen ersetzt man hat also einfach generell diese lebensanzeige wer sich das so ein bisschen abstrakt vorstellen möchte das ist so ein bisschen wie bei den rollenspielen dann hat eben operator 125 lebenspunkte weil er eine große rüstung hat mit mittleren hat er 110 mit einer leichten hat er 100 und dann kann man natürlich da auch noch mal mit schutzplatten 20 drauf packen beziehungsweise natürlich auch mit so einem stimmen die man von einem dock bekommt diese tp noch mal erhöhen das heißt ihr habt eine wesentlich bessere übersicht was habe ich denn eigentlich aktuell auf dem tacho unten habt ihr sonst immer die anzeige die hat sonst immer dasselbe angezeigt ohne mit einzurechnen was eure rüstung eigentlich noch an zusätzlichem mehrwert dazu beisteuert korrekt und da muss ich sagen das ist auf alle fälle eine sehr schöne änderung ist aber zurzeit auch nur auf dem testserver soll auch noch nicht bei north star kommen wenn ich mich recht entsinne finde ich aber besser weil du hast ja gerade sehr schön erläutert es ist jetzt offensichtlicher wie die auswirken davon sind wenn nun drei arme operator hast zwei arme operator oder ein ein arme operator es war halt immer sehr schwer den unterschied da wirklich zu erfassen noch mal bildlich plus halt was eben denn die platten ausmachen von ruck finde ich sehr solide die änderung muss ich sagen ja somit erübrigt sich die frage dann was steckt der denn alles ein einfach mal auf die tp gucken dann wisst ihr bescheid eine weitere sehr sehr geile und sehr interessante änderung ist zerschmettertes glas dagegen erst mal so eine raunen durch die zuschauerschaft finde ich aber sehr sehr interessant denn mit nahkampfschlägen kann man jetzt das glas von mir spiegeln oder auch maestro eyes oder diesen kugelsicheren kameras zerstören das heißt das geht nicht kaputt sondern es wird die sicht genommen ihr könnt also dementsprechend einfach dieses mira window so weit unnütz machen dass es entweder geöffnet werden muss oder halt nicht mehr gejust werden kann und die die sagen ja das ist aber voll op ich zitiere da mal einen agony der zum glück hier neben mir sitzt der sagt ihr müsst ja trotz alledem erst mal rankommen und das ist immer noch nicht die einfachste aufgabe korrekt da musste die halt mehr gedanken darüber machen wo du halt dein maestro all platzierst wo du halt eine bullet cam platzierst die mira windows ist schon immer sehr gute placements gibt es dafür und du musst halt immer diese strecke erst mal da hinlegen um das denn hinein zu können im grunde bei mir denke ich mal es wird natürlich ein bisschen vielleicht die pickrate senken weil viele leute sich halt da mit den gedanken gleich befassen oh die ist jetzt einfach schlecht geworden im grunde gehe ich aber davon aus dass das halt nicht so schlecht ist wie viele leute im hinterkopf haben ich glaube auch also da werden wir glaube ich doch eher was positives draus ziehen ihr werdet ist glaube ich dann auch relativ schnell mitbekommen dass ihr solche geschichten dann trotzdem nutzen können wie gesagt das mirafenzo ist noch da ich müsste es aufmachen um durchzuschießen ihr könnt auch maestro noch nutzen ihr seht nur nichts mehr ist das aufklappen also das sind schöne kleine aspekte und wir kommen zur rauch ausbreitung meine lieben was erwartet uns da denn und zwar ist das bisher so gewesen dass wenn du smokes genutzt hast von smoke ist der damage durch reinforcements und durch wände durchgegangen das wird jetzt unterbunden und der smoke kann sich denn nur noch ausbreiten wenn halt irgendwo lücken innerhalb der wand sind oder da halt eine tür ist ein fenster und sonst so was und das ist auf alle fälle eine sehr solide änderung muss man wirklich sagen weil das war bisher meistens sehr okay dass du halt hinter irgendeiner wand hängen konntest deine smokes gegen die wand gepfeffert hast und der damage immer nach außen gedrungen ist das unterbindet jetzt auf alle fälle diese mechanik auch eine sehr lange zeit gedauert und auch der gifts schaden wird jetzt auf 15 tp gesetzt 0,66 sekunden genau und der zieht glaube ich auch noch weiter wenn du durchgelaufen bist also du hast bist nicht sofort safe wenn du aus dem gas raus bist sondern es wirkt noch so ein bisschen nach und es ist dann halt auch noch mal so es gibt es halt einen neuen sound der dabei abgespielt wird im grunde ist das halt auch eine sehr valide anpassung ja auch auch nötige anpassung ja definitiv also das war sowieso immer so ein ding sitzt im nebenraum und kriegst schaden und denkst dir was ist ja nun passiert kommen wir zu was anderem da hatte ich vorhin schon angekündigt das wird jetzt gleich ganz lustig denn überarbeitung der mündung das bedeutet der mündungsfeuerdämpfer und der kompensator die waren ja schon immer da aber irgendwie wusste keiner so recht was machen die denn eigentlich schon immer daher ist es hier schön wenn du dauerfeuer machst oder wenn du kugelstöße gibst also rückstöße beim börsten sozusagen das hat man jetzt so ein bisschen aufgeklärt man sagt der mündungsfeuerdämpfer reduziert die geschwindigkeit und intensität des vertikalen rückstoßes und der kompensator reduziert die geschwindigkeit und intensität des horizontalen also das links und rechts ehmens damit haben wir jetzt fest schon mal was machen diese aufsätze wofür kann ich die nutzen was bringt mir dort exakt dieser vorteil das ist noch mal ein bisschen klarer geworden dadurch und jeder kann für sich jetzt entscheiden brauche ich auf meiner waffe mehr horizontal oder vertikale unterstützung und lustig eben die anmerkung von vorhin man hat ja den jäger so ein bisschen genervt jetzt hat man einen passenden aufsatz den man drauf machen kann um dem wieder so ein bisschen entgegen zu wirken also man merkt da gibt es jetzt also mittel und wege der mündungsfeuerdämpfer ist der flash heiter der hatte früher auch schon eigentlich die wirkung gehabt ein bisschen in recall abzufedern aber im regulärfall war er dafür da dass wenn du schießt entsteht ja immer bei einer mündung licht das sollte das eigentlich eindämpfen hat es auch ein bisschen getan aber es hat eigentlich keine notwendigkeit im rainbow fall darauf achtet kaum jemand und jetzt hat man sich dazu entschlossen das halt mit vertikalen rückstoß eben zu verbinden das heißt jetzt wir kommen ja gleich zu es dass man jetzt eventuell bei es nicht die kompensator nutzen sollte tendenziell nämlich vielleicht dem flasher alias mündungsdämpfer ganz genau und das könnte natürlich da auch noch mal eine sehr sehr interessante änderung werden und wo wir gerade dabei sind kommen wir zum operator balancing da gehen wir mal auf die erscheinen mein lieber was ändert sich da denn schönes ja da hat man sich dazu entschlossen ja wir geben ihr drei breaching rounds und nimm ihr gleich wieder eine weg das finde ich halt natürlich sehr sehr putzig weil hier nicht davon die rede ist dass man den aoe-radius der breaching rounds wieder erhöht weil das mussten sie ja erst so machen dass der vorher höher war wo zwei waren haben denn halt kleiner gemacht wo es drei waren weil du jetzt ja insgesamt mehr vision schaffen konntest müssten das jetzt natürlich wieder erhöhen also ich würde das eigentlich ein bisschen unsympathisch fast dass man ihr die eine wieder weg nimmt man muss aber dazu sagen man konnte aus weiter range schon sehr viel damit machen das war schon echt krass gewesen daher kann ich das ein bisschen nachvollziehen aber dann müsste man den aoe-radius wie gesagt im nachhinein nochmal anpassen dazu kann man noch erwähnen dass die r4c endlich was ich ja schon seit jahren sage mehr recall bekommt ja und zwar zwingend war das notwendig gewesen und da kann euch vielleicht marcus hier mal ganz kurz den text dazu erläutern ja das werden wir mal machen der vertikale ruckschuss wurde erhöht also die horizontale streuung ist jetzt beständiger horizontal bedeutet wenn ihr nach links und nach rechts sozusagen mit der waffe abt das bleibt tatsächlich wesentlich stabiler also die streuung ist dort kleiner aber der rückstoß bei langen feuer stößen beginnt jetzt ab der achten statt ab der zwölften kugel das heißt ihr habt wesentlich früher schon das gefühl dass die waffe nach oben ziehen wird und deswegen aber vorhin gesagt vielleicht sollte man jetzt den aufsatz mal abändern damit man dieses vertikale diesen vertikalen rückstoß besser unter kontrolle bekommt das ist vor allem für diese typischen prey and spray leute wesentlich interessanter jetzt und dann kann man dazu noch erwähnen dass die round charges von ash jetzt auch nicht mehr durch elektrizität beeinflusst werden das ist ja ganz oft so gewesen du hast ein schild hast dahinter denn halt einfach eine kai claw oder eine bandit battery da könntest du gerne mit deiner round charge drauf ballern ist nichts passiert jetzt doch bei den geht nämlich das schild kaputt und das gedget dahinter auch wie das bei mute ausschaut das müsste weiterhin so bleiben dass mutend tendenziell die round charge aufheben sollte ich aber gerade nicht mehr ganz sicher müsste eigentlich sein genau wie gesagt so habt ihr auch die möglichkeit so ein bisschen den sledge auch ja zu entlasten wenn ihr zum beispiel eine reinforced wand habt und ihr wollt die mavericks so ein bisschen vorarbeiten dass man das holz da weg nimmt das kann man jetzt schön machen mit der ash dass dort eben auch diese diese gadgets nicht mehr kaputt gehen kommen zu finca finca hat ja diese diese fähigkeit der nanobots und fincas fähigkeit füllt die basisgesundheit ihrer teammitglieder auf die überschüssige gesundheit wird als überheilung gespeichert also sie ist im endeffekt jetzt so ein bisschen zum dock mutiert man hat also nicht mehr das problem dass man anderen leuten in die recoil control furcht sondern man gibt ihnen jetzt die möglichkeit als heiler mit unterwegs zu sein da muss ich kurz reingehen das ist nicht ganz korrekt der recall buff wird weiterhin existieren der existiert weiterhin okay das das was was geändert ist ist jetzt finca hat ja vorher nur einen kurzzeitigen temporären boost gegeben deiner lebensbasis jetzt ist es halt permanent sagen wir du hast 80 oder kommt der boost oder gehst du auf 100 hoch und bleibst auch bei 100 und das ist eine sehr solide anpassung war jetzt haben wir wirklich mal einen richtigen healer im team und du kannst auch hintereinander weg als jetzt schneller deine deine utility utilizen damit du schnell die gesundheit auffüllen kannst an der mates was halt noch sehr schön wäre ist wenn das so wäre wie du gerade gesagt hast dass es diesen recall buff nicht mehr geben würde weil der ist ja eigentlich der störende faktor für mich warum wenig leute finca spielen weil das die teammates und ich selber aus dem niko verhalten das dachte ich nämlich eigentlich aber gut dann ist das zumindest schon mal eine halb schöne änderung für finca man kann da so ein bisschen auch nachheilen kommen wir zu nöck das bisher nur auf den testservern da hast du vielleicht deine erfahrung schon gemacht was hat denn was hat es denn damit auf sich und zwar ist es bei nöck jetzt so die kann nicht mehr silent steppen das wird jedenfalls wie gesagt erst mal nur getestet das war ja an sich immer ganz schön gewesen finde ich ein bisschen schade dass das weg ist dafür ist es aber so riss mods melusi benji und annäherungs alarme und metalldiktoren wie zum beispiel bei banken zu blue stairs bei border im custom werden nicht mehr ausgelöst von nöck wenn sie da durchgeht kapkan traps hingegen also hier steht ja auch laser basierte geräte werden weiterhin ausgelöst also kapkan traps sollten weiterhin dennoch triggern zum beispiel finde ich an sich die sehr schöne änderung bei kameras entdecken halt madame immer noch nicht also nöck die ist dann halt immer noch unsichtbar aber das mit diesem silent stepping vermisse ich den doch schon ein bisschen muss ich sagen würde ich schon ganz geil finden weil sie war ja vorher eine kombo aus vigil zusammen cavera jetzt ist sie eigentlich meistens nur noch vigil na ja und daher würde ich das halt ganz toll finden das eigentlich wieder mit rein zu kriegen aber ich denke mal wird das balancing her ist es eigentlich schon ganz gut wenn man das mit raus nimmt weil du hast jetzt so viele gadgets die enthalten nicht durch deine anwesenheit getriggert werden das ist schon enormer vorteil absolut das müsste man mal gucken ob das dann nachher auch reinkommt wie gesagt diese änderung bisher nur auf dem test server kommen wir zu mit lusi die wird auch in ihrer neuen season dann so ein bisschen änderung ja mit sich bringen und deswegen aber vorhin gesagt pick rate könnte sich ein bisschen abändern die banschies sind ab sofort auch gegen kugeln und nahkampf angriffe verwundbar nahkampf das war ja schon aber kugeln eben auch und zwar wenn das banschi auslöst geht diese sogenannte blume oben auf und dort kann man dann reinschießen das bedeutet man hat jetzt die möglichkeit auch aus der entfernung beziehungsweise aus dem radius heraus diese melusi gadgets zu den ein und das muss ich kurz verbessern ja die blume geht auf wenn du im banschi radius bist ja sag ich ja wenn wenn es ausgelöst wird ja aber du gerade wenn du außerhalb des radios bist meinte hast du gerade gesagt habe muss muss innerhalb des radios sein korrekt und denn geht das auf und dann kannst du es zerschießen genau und das ist eine änderung wo ich eigentlich so ein bisschen unsicher bin fast ob die zwingend notwendig ist das liegt aber nur daran dass ich selber bisher noch nicht das erlebnis hatte dass mich diese banschies massiv gestört haben ja oder dass sie halt eben krassen impact hätten dass du dadurch eben wirklich eine runde verloren hättest oder ähnliches weiß ich nicht also dafür gibt es halt eben ja verschiedenste möglichkeiten sei es eine asch sei es sophia das ran pürschen an dieses gerät das sind ja jetzt nicht 100 metern ja ganz sechs damit nimmt man ja auch schon wieder so ein bisschen die die daseins berechtigung also nimmt da auch gleich wieder ein bisschen was weg finde ich auch schwierig ich selber bin kein melusi spieler aber ich als als gegner muss ich sagen keine ahnung hat mich nie wirklich gejuckt auch der bann gegen melusi finde ich immer so boah gibt wichtigeres lassen uns auf alle fälle überraschen wie impact lastig denn die anpassung ist also unserer meinung nach ist unsere erwartung dass wahrscheinlich dadurch der operator weniger gepickt wird ich bin halt noch unschlüssig ob die änderung wirklich von notwendigkeit geprägt ist weil wir haben sehr viel utility im grunde um das halt zu den einen dieses gadget jetzt hat man sich dazu entschlossen dass halt wie gesagt noch so mit zu ändern dass man es halt auch zerschießen kann lassen wir uns mal überraschen aber gehen wir mal weiter genau und damit kommen wir zu einem nächsten operator den wir schon heute so ein bisschen angerissen haben in der liebe vigil da gibt es auch noch mal eine anpassung was das k1a angeht der rückstoß wird schwerer zu kontrollieren das heißt leichte steigerung des vertikalen rückstoßes also auch wieder dass es leichter nach oben zieht das gewehr die horizontale steuerung ist beständiger also das hatten wir ähnlich auch bei der er schon gesehen man kann nach links und rechts eigentlich relativ entspannt weiter ähnen und beginnt jetzt bei sechs statt bei zwölf also noch ein ticken früher als bei der esch und damit ja einfach die möglichkeit noch mal zu geben wird als sehr gefährlichen operator beizubehalten aber man muss auch ein bisschen mehr auf die waffe achten ist okay also da habe ich jetzt nichts zu meckern also die waffe war auch relativ leicht händelbar das heißt auch hier leute einfach flash scheider auf die waffe rauf und dann könnt ihr das ein bisschen besser kompensieren mit diesen rückschluss der jetzt dazu gekommen ist da unten seht ihr schon zero unser lieber sam fischer der bekommt auch noch mal bei den argus kameras ein bisschen was hinterher geschickt und zwar ressourcenmanagement das heißt er hat 15 sekunden abklingt zeit bis man dann sozusagen noch mal eine dieser camps schießen kann und die anfangs maximal kapazität ist halt eben auf eins gesetzt dadurch klar versteht sich ist halt vergleichbar mit twitch das haben sie auch in den artikeln geschrieben gab bei tüch ist ja auch so du schießt und dann lädt sich das halt wieder auf und kannst wieder loslegen damit ist auf alle fälle eine interessante anpassung ich denke auch mal dass das sehr valide ist bisher 15 sekunden ist eine ganze menge zeit muss man dazu sagen und meistens ist die kamera auch sehr schnell futsch wenn du irgendwo aggressiv rein platziert ist und da halt und wie gadget mit sich was zu hinein finde ich solide man muss gesagt bisher sagen noch da könnte an sich wirklich eine sehr solide season werden wenn ich halt irgendwelche bugs natürlich mit reinkommen ja das das ist natürlich immer so ein bisschen die gefahr aber bisher sieht es wirklich sehr sehr gut aus was man sich da gedacht hat also man könnte fast davon reden dass man sich mal wirklich gedanken und vor allem auch das feedback sich mal zu herzen genommen hat da kommen wir jetzt auch noch mal zur bering das ist ja die waffe von thunderbird als auch eben von echo und hibana da gibt es noch mal so einen modifizierten rückstoß dies leichter zu kontrollieren das heißt horizontale streuung ist beständiger mehr mittig ausgerichtet das heißt man kann sie jetzt wesentlich mehr on point nutzen also da wo man hinschießt da kommen die kugeln doch auch jahren das ist korrekt also ich muss halt sagen ich finde den recall jetzt viel viel angenehmer weil vorher war das eigentlich im grunde fast nur ein disaster mit der waffe irgendwas zu treffen die ist jetzt noch nicht wirklich einfach zu handeln aber auf alle fälle leichter als vorher und das gleiche kann man auch schon gleich zu der nächsten waffe sagen die wir hier sehen nämlich die smg 12 von widget okay be und worden da hat sich auch was getan auch diese waffe ist mittlerweile fast schon wieder spielbar geworden erster schuss des rückschuss wurde verringert vertikaler rückschuss wurde verringert die horizontale streuung ist ein bisschen nachvollziehbarer und der recall kiekt jetzt erst ab der zwölften nicht ab der sechsten kugel wurde in die waffe irgendwo nirvana rum ballert das ist an sich auch eine sehr schöne änderung auch jetzt wenn ihr vorher damit probleme hatte mit dieser waffe wo sie frisch reinkam war es ja gar kein problem da konnte jeder mit der waffe spielen ja ist jetzt aber wieder lieber genau also da hat man jetzt gar keine probleme mehr großartig mit kommen wir noch mal zu einem erwirkungsbereich da hat er ja auch der liebe egeny schon mal so ein bisschen angeschnitten dass die erschleider nicht mit dabei sondern betroffen sind jäger elan nomad und kait also die elektro klaus der luft hieb also die airjabs die gris mod und das avs werden dort mit so ein bisschen ja ich sag mal angepasst das heißt der dass der area wird hat die die reichweite wird einfach ein bisschen angepasst und besser visualisiert jetzt die reichweite der geräte ist genau sagen wir es mal so so ist es wahrscheinlich verständlicher es wird sich großartig an am radius nicht was ändern aber ihr könnt wesentlich besser jetzt einschätzen passt das oder passt das nicht gerade bei den elektro klaus war das jetzt zum beispiel so dass man ja immer sieht okay das wird der radius sein aber zählt beispielsweise der rahmen noch mit rein geht das jetzt noch so ein bisschen über das abdeckende über diesen akt der abdeckenden bereich mit rein das sind halt so sachen die werden jetzt visuell auch noch mal so ein bisschen besser dargestellt genau und damit sind wir auch durch mit den designer notes von je sechs diesen zwei markus das war mir wie immer eine freude danke dass du mitgemacht hast ja sehr gern ich wünsche dir und natürlich unseren zuschauern eine schöne woche und bis zur nächsten folge